Gut, ein neuer Horizont. Wir müssen dem Mönch folgen, da. In dem Loch ist kaum Platz für sechs Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piraten-Nest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Ja, dann komm. Ja, hervorragend. Genau, ganz kurz. Und gut. Das müssen ja tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedan-Tempels können helfen. Ja. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie. Und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rechen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache. Aber für den Frieden werde ich kämpfen. Ja, das ist der Mönch. Ah. Na, hervorragend. Ja. Sauber. Technik-Point. Oh ja, da gab es viel für. Ja. War auch ein ziemlich großes Ding. So. Ähm. Nein. Jetzt machen wir nix. Hä? Genau. Legende erzählen. So. Ähm. Ja, hier haben wir natürlich viel. Aber. Wenn ich jetzt. Jetzt kann ich reisen. Aha. Hier. Seht das. Jawohl. Jetzt sind wieder neue Dinger da. Dort. Und vor allen Dingen hier unten will ich hin. Ja. Und natürlich hier. Aber als erstes. Will ich mal da hin. Ja. Da war auch ein. Ha. Fragezeichen. Muss ich gleich wieder zurück. Ja. Gut. Jetzt mein überschnellter Fehler. Gut. Unentdeckt. 120 Meter. Kriegen wir schon hin. Sehr. Mensch. Kein Problem für uns. Na, im kurzen Sprint einlegen. Diese 40 Meter schon erledigt. Ach, du Schandeli guckt euch das noch da. Fuchsbau. Sehr gut. Ja, ich bin ja schon da. Kleiner Mann. Ja, und das Kommen. Komm, ich bin wieder fit. Inari schreien. Halt, das kann ich mir nicht hingehen lassen. Nein. So, komm mal her, ihr beiden. Genau. Wir beiden schlatten Säcke. Ja, genau. Ah, 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 ah. Das war's für dich, Coelle. Coelle. Ey. Ah, Mist. Ah, jetzt leuchtet er aber. Bringt nichts. Der Fuchs? Dort. Schade, das Fell hätte ich gerne gehabt. Oder ich habe es aufgenommen und weiß es nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Oh, hier ist er schon. Bleib hier. Nicht weglaufen. Der ist noch irgendwo in der Nähe. Ist der hier oben? Nee. Scheint nicht so. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Ja, da. Da will ich hin. Hm, hm, hm. Ja, ja, ist nochmal halt so. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hin und her reisen. Vielleicht ist das ja entweder ein Bambus oder ein Bart. Eins von beiden muss es sein. Aha. Der Vogel ist schon da. Gut. 110 Meter. Ich muss da rüber. Da unten ist es. Ach so, ich kann nicht. Na gut. Ah, ein Bambus-Teil. Geil. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Absolut. Jawohl. So, gucken wir mal. Auch gut. Ah, Mist. Jetzt habe ich komplett scheiße gedrückt. Ja. Jawohl. Da haben wir ihn doch. Ja, so schaut's aus. Gut. 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 Itsuhara wird angegriffen. Ah, wow. Kutum Kahn schlägt zurück, indem er Mongolen entsendet, um die Höfe von Itsuhara zu plündern. Rettet die Höfe und befreie deine Leute. Ja. Da seht ihr. Das ist schon ziemlich heftig. Ja. Aber. Ich will jetzt erstmal hier hin. Ja. Muss dann sein. Ja. Absolut. Ich will da hin. Nein, 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 nein. Da. Steckt doch weg, Herrgott. So, weil jetzt haben wir das Mittel, um da hin zu kommen. Ja. Äh. Halt. 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 Jetzt werde ich beinahe. Beinahe. Dahin. Nee. Das können wir hier lang, wo ich letztes Mal erst gemerkt habe, dass ich, dass mir hier was fehlt. Ja, absolut. gut. Ich bin am verfolgten Ort angekommen. Sehr gut. Das heißt, ich muss hier lang. Ich muss hier durch. Ja. Guti gut. ist schon geil hier liegt aber alle handzeugs und schöne sachen ja jetzt hier genau gucken vor allem die wegen dem diguster ja wenn ich den ich habe dann bringt mir das alles man gar nichts was ich denn jetzt hier weiter auf keinen fall ja das muss man erst mal finden und suchen auf jeden fall sekunde was ist hier sich jetzt hier raus nein genau verkehrt ja meine orientierung sind sie mir einmal im kreis gekrabbelt ja moment unten runter ja ich will das liguster nicht verpassen ich kann jetzt hier nicht schnell machen auf keinen fall wenn ich nicht finde dann habe ich den weg umsonst gemacht und muss den ganzen noch mal machen ja das ist nicht so frekant seht er das ist das was ich meine dann muss man komplett die große umwege wieder machen ja jetzt sind nicht mehr so einfach das liguster zu finden es wenigstens etwas das ja eine hier oben mache ich ja nennen kann ich her moment wo komme ich jetzt weiter da komme ich dann nicht rüber im leben nicht da bin ich her gekommen ja da glaube ich doch im leben nicht dran dass ich da hinkomme doch komme ich ja super da war ich ich gehe da hoch dann nur eine pflanze ich brauche aber das liguster holz und ist mir viel lieber als alles andere bambus muss erst mal beten ja wo kann das kuss damals sein wenn ich da jetzt wieder runter gehe dann komme ich ja nur wieder ganz rund aber das bringt mir ja auch nichts das bringt mir ganz und gar nichts da ist man ein kopfschuss treffer wo ist das irgendwo muss das sein dahinten ja ich sehe es dort ja ohne dem wäre ich jetzt hier nicht runter gegangen im leben nicht im leben wäre ich da nicht runter gegangen nicht bevor ich das nicht gefunden da müsste ich wieder runterkommen jawohl geschafft zack die bohne kommt schon gut sehr gut kann ich hier irgendwie irgendwo hin reisen ja zu dem stamm machen wir auch und dann werden wir dort in diese richtung gehen wo ich habe die rüstung ich glaube ja genau 150 meter ist natürlich nicht viel aber die können extrem lang werden extrem lang ich muss hier hoch naja schauen wir mal wie es wie es allgemein weitergeht ihr seht ja jetzt selber und so viel mir das noch im kopf ist irgendwas mit sechs schlüssel aber keine ahnung was genau das war oder ist auf jeden fall soll das was geiles sein dann hat mir aber keiner verraten ne wirklich nicht ne wurde gesagt ja musst du schon selber spielen ja dann mache ich ich könnte natürlich auch nachgucken aber nö mache ich nicht das wird mir wirklich jetzt ein wenig ja mit der steuerung klappt sehr allgemein ein wenig besser suchen nach lila blumen warte mal nach lila blumen wo sind die lila blumen suchen nach lila blumen na ist das nicht prickelnd da da sehe ich jetzt gerade lila blumen aber mal ob das richtig ist wo das sind aber reichlich der ist ohne so dann kommt mal her so wir gehen hier hin so 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 das ist doch der falsche mensch das ist doch der falsche mensch das ist doch der falsche mensch du machst gar nix sagt die wohnung naja so geht's ja gut du hast nix bist ne wurst auch nicht aber dich muss ich befreundlich und da liegt noch irgendwas alles wird wieder gut ja niemand wird je vergessen wie ihr first shimura gerettet habt mhm wahrscheinlich meine ganze familie her das tut mir leid wo war das an der kreuzung sie halten jeden auf wer nicht zum sklaven taugt wird getötet geht und trauert um eure familie überlasst die mongolen mir mhm gut aber hier habe ich gerade was im gras gesehen irgendwo habe ich da hier blinken sehen karte aktualisiert da oben ist das aber hier sind die lila blumen der musikant der mit die legende von tada jori erzählt er wählte sie sie könnten zur lila krone führen kommen die hummer und so weg ja die vier wärmer wo noch schaffen die du mal leider hier ja ich auch guck mal wie kannst du das auch so nutzen nein nein du auch nicht ich habe keine angst brauchst du auch nicht ist ja auch nicht nötig jetzt nicht mehr kannst dich hinlegen da hat sich aus ne angst ne ne achso ja halt ich musste hoch und wenn wir mal eine runde kraxeln ja fördert die muskulatur alles gut die lila krone hier könnte tada joris rüstung sein da ist aber keiner weil rauch kürzlich verbrannt mhm untersuche die spitze der lila krone moment die spitze muss ich an der da etwas in diesem behälter da eine karte zu tada joris ruhestätte ah oh gott ja das muss ich bei ihm gucken wenn ich jetzt wüsste da unten ist nein da unten da genau und da ist der fluss und hier müssten da glaube ich irgendwo ich glaube hier genau weiß ich das nicht wir werden erstmal in diese richtung gehen hm komm hoch gut ich will nur hoffen dass das jetzt die richtige richtung ist ja ist halt es ist immer da hinten ich sehe es jetzt sehe ich es auch ja ein bisschen lila fällt da muss ich hin absolut wie aber wie gesagt unterwegs brauche ich beute ja ja er kann nicht mehr naja zwei meter da jetzt mehr geschafft oh 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 wir sind da 1 ach komm sind vier oder fünf naja wenn 15 auch egal drei sind schon mal weg das ist aber ein was die in zimmer ja 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 krass ich mal ist durch würde ich sagen kommen gibt schon da nein genau deine vorräte her da haben wir sogar noch drin herrlich das kommt nicht oft vor mal jeder müsste mehr sein vier leinen weiß ich vorräte exzellent sagt doch ich brauch beute was diese erst mal prügeln ja ja dann kommt er wo sind der große bestiefen gegangen doch nicht aber da war doch auch ein big 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 bei so hier ist das moment war ich da links das liegt danach aus dass ich da war aber hier ist das feld hier ist der fluss das muss jetzt hier hier bin ich richtig dort gehen wir dort lang ja noch mehr lieder kräftig dass der berg hast wunderbar da ist ein bär der rupt gerade da alles auseinander genau ich brauche meine volle aufmerksamkeit hier und mein volles leben und volle entschlossenheit nein ich höre doch mal auf damit noch einer nicht so tragisch gut da muss irgendwo auch der eingang sein oder dann nicht so steil es muss einen anderen weg geben ja hier hier ist es genau absolut wie dadurch ach jetzt sind wir hier wo ich schon mal war und und kann das sein wo wo ich gesagt habe weil das hatte hier mit dem aus wo gar nicht so gar nichts war woher wissen die von diesem ort nicht ja das ist das haus ja absolut aber so weit von ja ja gut freunde dann mache ich mal hier an kat und dann ja gucken wir mal was da passiert